Willkommen bei «Energieexperten», einem Blog der EKZ-Energieberatung. Ich bin Carla Keller und lese einen Artikel vor von diesem Energieeffizienz-Blog der EKZ, Elektrizitätswerk von Kant und Zürich. Bidirektional laden. Hin und her ist nicht schwer. Das bidirektionale Laden gilt als die nächste grosse Entwicklung in der Elektromobilität. Die einen versprechen sich davon Unterstützung für die Energiewende, die anderen finanziell attraktive Angebote. Allerdings müssen dafür noch ein paar Dinge passieren. Verfasst von Paul Cimalla. Jetzt soll es auch ein französischer Klassiker können. Mit dem R5 von Renault wurde jüngst ein weiteres Elektrofahrzeug angekündigt, das bidirektionales Laden beherrscht. Ab 2024 soll also die elektrische Neuauflage des kultigen Kleinwagens aus den 1970er Jahren Strom nicht nur aus dem Netz beziehen, sondern auch zurückspeisen können. Diese Ankündigung – sie gilt leider nicht für den Schweizer Markt – reiht sich in solche anderer Fahrzeughersteller ein. Auch die neue Klasse von BMW soll bidirektional laden können. VW verspricht die Funktion bei einigen Modellen seiner ID-Reihe als Software-Update. Geht das hin und her an der Ladestation bald richtig los? Zunächst, es gibt nicht das eine bidirektionale Laden. Einerseits unterscheiden sich die Einspeisekonzepte. Vehicle-to-Home und Vehicle-to-Building. Also Rückspeisung ins Gebäude auf der einen Seite, Vehicle-to-Grid, Rückspeisen ins Stromnetz auf der anderen. Eine Spezialform ist Vehicle-to-Load. Hier kann direkt ab Fahrzeug 220 Volt Geräte strombezogen werden, allerdings nur im Inselbetrieb. Aktuell bieten in der Schweiz beispielsweise Modelle von Hyundai und Kia diese Funktion. Andererseits unterscheidet sich die Art und Weise, wie die Fahrzeuge respektive die Ladestationen Strom zurückspeisen. Bidirektionale AC-Ladestationen liefern Wechselstrom und gelten als günstiger, allerdings auch als schwieriger ins Netz integrierbar. Anders bidirektionale DC-Ladestationen, die vom Fahrzeug Gleichstrom beziehen. Beide Arten an Ladestationen sind auf dem Markt erhältlich. Das Fahrzeugmodell gibt vor, welche man nutzen kann. Ebenfalls gibt es verschiedene Steckertypen für das bidirektionale Laden. Die aktuell erhältlichen bidirektional fähigen Fahrzeuge nutzen den Chademo-Standard aus Japan, wo bidirektionale Ladefähigkeit bei Fahrzeugen schon länger Pflicht ist. Der verbreitete CCS-Steckertyp ist auch bidirektional fähig. Entsprechende Fahrzeuge wie der Honda e können das bereits. Momentan ist das Bild des bidirektionalen Ladens also unübersichtlich. Von den Ladekonzepten ist vor allem «Vehicle-to-Home» respektive «Vehicle-to-Building» problemlos möglich. Hier funktioniert das E-Auto wie ein stationärer Heimspeicher. Für flächendeckendes «Vehicle-to-Grid» und entsprechende Angebote fehlten bis jetzt in der Schweiz die Rahmenbedingungen. Dies soll das Stromgesetz ändern, das bei der Abstimmung vom 9. Juni 2024 angenommen wurde. Für den Wildwuchs bei den Ladestationen gibt es bereits eine Lösung in Form des ISO-Standards 1511820, der Interoperabilität zwischen Fahrzeugen und Ladestationen bis 2027 ermöglichen soll. Bis 2027 soll er europaweit obligatorisch sein. Fahrzeuge, Normen, Rahmenbedingungen In der Welt des bidirektionalen Ladens herrscht Dynamik. So stellt sich die Frage, wer in welcher Form davon profitieren kann. Marco Pifaretti hat das Schweizer Start-up Sun2Wheel mitgegründet, das «Vehicle-to-X» Lösungen etablieren will, also «Vehicle-to-Home», «Vehicle-to-Grid» und andere Anwendungen des bidirektionalen Ladens. Zur aktuellen Lage meint er, bereits heute kann sich bidirektionales Laden lohnen. Ich denke da an Leute oder Firmen, die eine eigene Photovoltaikanlage betreiben und mit «Vehicle-to-Home» oder «Vehicle-to-Building» ihren Eigenverbrauch optimieren. Das Fahrzeug sei in diesem Zusammenhang eine valide Alternative zum stationären Speicher. Die Nutzung sei bereits so umsetzbar, so Pifaretti. Als Nutzerin oder Nutzer des Fahrzeugs legen Sie die maximale Flexibilität fest, also wie sehr die Batterie entladen werden darf. Das lässt sich differenziert auch pro Wochentag festlegen. Danach regelt die Software. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist also der gewünschte Füllgrad der Batterie zur gewünschten Zeit verfügbar. Für Fahrzeugflotten funktioniere das bidirektionale Laden ähnlich. Dort würden digital getätigte Buchungen berücksichtigt, sodass niemand von einem Auto mit teilentladener Batterie überrascht würde. Anders sieht die Lage gemäss Pifaretti in der Schweiz bei «Vehicle-to-Grid» aus. Hier erwarte ich, dass das neue Stromgesetz Rahmenbedingungen schafft, die auch in der Schweiz interessante Business Cases entstehen lassen. Auf der Anbieterseite sieht er denn auch viele mögliche Akteure neben den klassischen Energieversorgungsunternehmen. Was bidirektionales Laden für verschiedene Stakeholder im Energiesystem bedeutet, will das Demonstrationsprojekt «Vehicle-to-X-Suisse» untersuchen, das Marco Pifaretti ebenfalls leitet. Auch EKZ untersucht, wie sich E-Autos besser ins Netz integrieren lassen. Im Projekt «Ortsnetz» können die Menschen der Gemeinde Winkel den lokal produzierten Solarstrom fördern. Zusätzlich untersucht EKZ, wie sich E-Autos besser ins Netz integrieren lassen und dabei möglichst netzdienlich laden. Bidirektionales Laden ist im Projekt noch nicht vorgesehen. Allerdings hat bereits netzdienliches Laden ähnliche Effekte für das Stromnetz. Ludger Leenders, Projektleiter Smart Grid bei EKZ, ist für das Ortsnetz zuständig. In dem Projekt testen wir, wie wir Leistungsspitzen in unserem Stromnetz verringern können, die durch immer mehr erneuerbare Erzeugung, aber auch geänderten Verbrauchen stehen. Wir wollen verhindern, dass die Kosten für den Betrieb und Unterhalt des Verteilnetzes explodieren. Im Projekt liege der Fokus ausschliesslich auf dem Netz, nicht der Energiebeschaffung. Das Teilprojekt «Ortsnetz E-Auto» nutzt eine eigene Steuerung, die auf das Auto zugreift und dabei die Ladestation umgeht. Wenn eine Kundin oder ein Kunde zu Hause ist, steckt sie oder ihr das Auto in die Ladestation und teilt uns die nächste Abfahrtszeit mit. Wir sorgen dann dafür, dass das Auto zu diesem Zeitpunkt geladen ist. Bis dahin steuern wir das Laden so, dass die Last im Netz optimal verteilt ist. Einen finanziellen Vorteil bietet das netzdienliche Laden durch neuartige Netznutzungstarife, die das netzdienliche Laden fördern sollen und im Projekt Ortsnetz getestet werden. Finanzielle Anreize seien aber nicht der einzige Faktor, um netzdienliches Laden zu fördern, findet Linders. Meiner Meinung nach hängt die Bereitschaft auch davon ab, wie einfach die Teilnahme am netzdienlichen Laden ist. Wirklich validierte Erkenntnisse dazu stehen aber noch aus. Bidirektionales Laden zieht von vielen Seiten das Interesse auf sich. Für potenzielle Autokäuferinnen und Käufer lässt sich festhalten, konkrete Gedanken darüber sollten Sie sich vor allem machen, falls Sie eine eigene Fotovolzeuganlage haben. Erste Fahrzeuge sind am Markt erhältlich und es werden immer mehr. Die Ladestationen sind noch teuer, können aber je nach Situation amortisiert werden, vor allem wenn kantonale Fördergelder, wie beispielsweise im Kanton Zürich, verfügbar sind und das bidirektionale Laden den Eigenverbrauch deutlich erhöht. Für alle anderen E-Auto-Nutzerinnen und Nutzer kommt bidirektionales Laden vermutlich früher oder später auf die eine oder andere Art. Als Update im bestehenden Fahrzeug oder als fixer Bestandteil eines Neufahrzeugs, unsichtbar im Hintergrund beim Carsharing oder als neues Angebot einer Ladestationsbetreiberin. Ansonsten ändert sich nicht viel. Für den Anschluss an die Mobilität der Zukunft heisst es nach wie vor Steckerein. Energieexperten, der Podcast zum Energieeffizienz-Blog der EKZ Energieberatung. Frag zum Thema, zum Podcast oder Inputs und Ideen? Für das sind wir da. Die Mailadresse ist podcast.nx.me. Sie ist auch unten in den Shownotes verlinkt. In den Shownotes ist auch der Direktlink zum vorgelesenen Artikel. Mehr Beiträge mitsamt Bilder und Links zur Studie und weiteren Infos gibt es auf energie-experten.ch.